Irgendwann nehme ich gar nicht nur das Auto. Sie kennen die, Sie haben überlegt. Sie haben ja noch 10 Tag Zeit. So etwas wie Chinatown oder Little China. Wäre das nicht ein Beitrag zur Förderung von einer Vielfalt? Na ja, das ist würdige. Das ist würdige wahrscheinlich. Wir haben halt die Meinung, dass solche Dinge mehr zu einem Kento führen. Alles Gute.